Denn er weiß, dass nur Magie oder göttliche Kraft jenes unheilbringende Elixier zu vernichten vermerkt. Ja, seht, eine fremde Magie wagt es. Fernab, beim Fangornwald, öffnet sich von Neuem eine Anomalie, ein Tor zwischen den Bilden. Und das bringt eine zelzame Kreatur hervor. Ja, was hier denken wir? Nein, Sie müssen bitte warten. Dinge geraten in Bewegung, die nicht aufzuhalten sind. Ich breche auf zu meiner Bestimmung. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewartet. Machen! Machen! Du bist vor der Art, du kleine Hapie! Wo ist das Elektriere? Hey hier aber kein Elektriere! Hast du dich auf? Du kannst dich ausdrecken! In dem du mein wütvolles Elixier durch ein Dimensionsloch in diesem Weltrecht hast du nun gesucht! Natürlich ist es verschwunden! Natürlich haben es diese kleinen Wesen mitgenommen! Ich bin immer noch dein Kriegsgott! Wenn nun nicht so genug! Möglicherweise ist es sogar vom Vorteil, das Ritual in dieser Welt abzuhalten! Hahahaha! Mein Plan ist simple! Diese Wesen sind klein und zu Fuß unterwegs! Ihre Spur führt nach Süden!